Boah, wie lange habe ich kein Video mehr gedreht, gah, damn, what's good, YouTube, it's your boy, GCC, and welcome back, and let's beat you, her. Ja, man, ich habe lange kein Video mehr gedreht, weil ich sehr, sehr viel zu tun hatte, also, noch kein Businessman, aber Ausbildung und sowas, so viel Kaufspreis zum, und es war auch noch Winter, deswegen war ich die ganze Zeit nur zu Hause, hab nichts daran gemacht, aber ja, Sommer ist auf dem Weg, und wenn Sommer auf dem Weg ist, sehen auch natürlich Videos auch auf dem Weg, you her. Ja, man, heute nehme ich euch einfach mit, so, ich gebe jetzt ein Ball mit den Jungs, ähm, dann nehme ich euch einfach jetzt mal mit, though, you heard, let's go. Sag mal kurz, alles du kennst, bro. Deine Geschichten sind immer verrückt, allein, go, la, do you, bro. Ich gehe bald wieder zurück, heute, doch. Ja, man, du musst wieder kommen, oder wir müssen wieder weiter Vlogs trainen und so und shit. Wie? Yeah, bro. So, die, die mich privat kennen, wissen, dass ich, äh, Barber bin, also, was heißt Barber, ich schneide privat, habe, und jetzt mache ich meinen Vater auf schnelle, ähm, bald. So, wie ihr seht, Glatz ist da, damit es noch mehr glänzt, mache ich auf schnelle diese hier, äh, damit es richtig glänzt, braucht ihr diese hier, äh, damit es richtig glänzt, braucht ihr diese hier, äh, dieser Kaffee soll matt sein, nein, geht ja. So, dann macht ihr Glatsch hier drauf. Ja, du kannst nicht mehr, Spaß macht, es macht langweilig. Mhm. So, jetzt habt ihr einen glänzenden Ball, ja, äh, so, wie immer bin ich zu spät, aber, wer ist Jeezy, wenn er auch nicht zu spät kommt, ne, ich baue ganz schnell meine Sachen ein, und danach verpisse ich mich. So, bevor ich gehe, mache ich schnell ein Fit of the Day und achte gar nicht auf diese Spiegel, ich weiß, dass es dreckig ist, ey. So, ähm, ich habe hier die Black Forces, so, Stop Playing With Me, Pants, Oh No, ähm, wie man die nennt, aber ihr seht ja selber, ähm, Jacke habe ich von Sony Moni, yeah, let's see, let's go. Irgendwie, seitdem die auf der Straße, ähm, Fahrradweg markiert haben oder gebaut haben, mäßig alle, facken die so ab, diese Fahrradfahrer, gell, die sind immer auf Straße, jedes Mal. Und manchmal muss ich halt so auf schnell was machen, also ich auf schnell fahre, und die sind einfach die ganze Zeit vor mir, gell, und ich denke mir so, ey, get your fucking ass out of here, bro. So, die sind endlich gekommen, hier mit Jamal, Jamal, was ist denn, was geht ab, bist du ready? Ja, Mann, ja, Mann, ich hoffe, es kommen ein paar, damit wir ein paar Spiele machen können auf den, yeah, mal gucken, wer da ist. Hallo, bruder, schau, 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 schau. Hallo, ich bin da. Das schneide ich raus, ey, ich schneide das raus. Das war gerade Dormap. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin. Aber ich schwitze immer so schnell. Wir haben gerade so fünf Minuten gespielt. Komm, ich schwitze. Aufwand. Ja, los, das ist gut. Heißt du, muss ich mal dringen? Ja, das ist gut. Ja, das war gut. Ich bin gut. Der nächste Einer sagt er nicht. Na, ne? Wir haben schon was gewonnen, ha? Wir natürlich. Wie viel, Bruder? Ich bin... Gizi. Ich flüge erst mal gegen den. Der zeigt schon mal so. Bis eins oder bis wie viel? Bis zwei. Nein, bis zwei, Bruder. Bis zwei, 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 drei. Bis zwei, drei, zwei, drei. Bis zwei, drei. Bis zwei, drei. Bis zwei, drei. Wir haben nicht noch gewusst. Bis zwei, drei. Kau, es ist wirklich besser. Nein, es ist besser. Stop it. Get some help Hehehe Do you want to do something else? Do you want to do something else? Of course I'm going to kill you I'm going to kill you That's crazy Okay, come on Come on That's crazy What? Down . Come on . . Ah! Das war's für heute. Das war jetzig. Mein Ohr. Oh, fuck. Damn! Hey, yo! Hey, yo! Uff. Bruder, halt drauf zu blicken. Bruder. Was ist denn? Ich kann nicht verblicken. Bruder, ich mein's erst. Ich weiß nicht, ob man das im Video gesehen hat, aber mein Arm ist komplett am Arsch. Ich spiele auf gar keinen Fall mehr, aber eigentlich reicht es auch für mich. Ich habe Spaß, aber ich gucke jetzt einmal zu und in 10 Minuten gehen wir eh gleich. Ich war gar nicht, wo ich war. Ich wollte eigentlich nur kurz auf Toilette gehen und dann habe ich sie getroffen. Guck mal, die zelten da und machen da Party. Cola, why not? Der eine hat mich einfach gezwungen, Bier zu trinken, aber ich trinke kein Bier. Bier schmeckt auch nicht schmaler. Deswegen, jetzt gehe ich wieder back. Let's go! Bravo! Bravo! Das Leben, das liebt, länger geht, weißt du, was ich meine? Ah, siehste, G, am Ende des Tages ist am Ende des Tages. Fuck, man. Am Ende des Tages ist das Ende des Tages. Let's go, let's go! Let's go! Let's go! Am kochen, am essen und boh, was kann man da? Ich hatte die Scope. Yeah, yeah. Einwürdig zum Tod, ah. Stand up, baker, gain, trust. Schmecken langsam, dieser Bruder ist kein Nudernick, Blender. Fake, dann ist echter, Pretender. Verzieh dich lieber, sonst ist heute auch schon over. Fake, es raten, Pussy, schwätze. 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 Service of ice, jetzt geh ich. Sorry. Lass auch anfangen zu rappen. Ja, das geht nicht. Aber ich sag dir ehrlich, ich kann das gar nicht, gel? Sagst du? Keine Ahnung, ich hab einmal probiert, Bruder. Ich schreib irgendwas, ich ließ so. Nein, Bruder, nein. Einfach nein. Einfach nein, Bruder. Ich check, ich check. Ja, Mann. Mach du mal. Rappen? Ja, Mann. Dinkst du, du kannst das? Nein, Bruder, ich mach nicht auch. Eingefallen. Bei Rap kannst du auch irgendwas einfallen, Bruder. Bruder, das war Diss auf Diss, weißt du nicht? Ja, Diss, genau, genau. Da kannst du auch einfach irgendwelche Leute wissen.